Willkommen zurück zu Citysclanlines. Hier fehlen irgendwie Rohstoffe. Ich bin gegen Rohstoffe. Das kommt, weil die... Warum ist hier wieder so wenig Stau? Wenig Stau würde ich gerade sagen, aber das passt ja gar nicht. Da ist eine Ampel. Ja, scheiß. Ampel, ey. Da bloß keine Ampel hinsetzen. Da auch nicht. Das würde nur in die Hose gehen. Da war eine Ampel. Warum war da eine Ampel? Ich frage gar nicht erst. Warte mal. Ist das überhaupt... Ah ja, genau. Die müssen ja da wieder rauf fahren. Ja, ja. Ist schon klar. Ah ja, genau. Jetzt blockieren die da wieder alles. Ach nee, doch nicht. Oder hinter fahren welche her. Und wollen dann abbiegen. Da machen wir jetzt einfach mal nur eine Straße für den. Und hier kommt nur eine Straße. Bitte, tail. Das ist mir nicht besser. Alter, ich glaube, wir brauchen mal eine Straßenbahn. Hier ist doch... Ne, hier ist kein Ampel. Ich wollte schon sagen, hier ist doch keine Ampel, oder? So. Dann würde ich sagen, hier kommt auch nochmal so eine Straße durch, damit wir die alle durch ihn anfangen können. Da kommt auch nur noch so eine Straße durch. Und jetzt habe ich das kleine Teil hier noch. Jetzt müssen die nämlich alle hier abbiegen. Das erleichtert hoffentlich ein bisschen den Verkehr. Warum fahren die alle nur auf einer Spur? Was passiert eigentlich, wenn ich den Verkehr nochmal resette? Reset den Verkehr. Nein. Down. Jetzt baue ich den hier einfach nochmal lang. Dann können die hier ein paar Barogebiege hin, falls hier ein paar hinziehen wollen. Die kann ich für erst Land untergehen hier. So. Da nochmal ein bisschen sowas. So. Das ist doch schön passend. Die haben keine Heizung? Warum? Ach, ich war doch irgendwie schon da. Ach, Heizverfügbarkeit ist gerade ein bisschen... Wenig, ne? Ich weiß auch warum. Ah, Mann, 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 Mann. Also ich muss echt hier vorne... die Dinger nochmal wegnehmen. Jetzt hier ungefähr. Dann kann ich das nämlich hier so hinsetzen. Dann muss ich die noch verschieben. Einer kommt da hin. Der andere kommt da oben ran. Dann kann ich hier nämlich... Dann kann ich hier auch noch nicht. Dann kann ich hier weiter ran. Dann kann ich hier noch mal wegnehmen. Dann kann ich das noch nicht. Ja, ich bin wieder gut. Das ist alles so hart. Oh, Mann, 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 Mann! Hallo, geht das auch mal irgendwie? Nein, das Zoll will ich nicht, aber weiß. Hm, ups. Genau. Und wenn ich jetzt den da ansetzen? Ne, das wird nichts. Ne, das geht auch nicht. Müsste das dann da irgendwie anders machen. Hm. Was ist das denn? Ja, aber so wird es eigentlich gehen. So gehen wir. Wenn es da ein bisschen blöd aussieht. Aber muss ja gemacht werden, ne? Oh, das ist belegt. Hier kann die, nein, hier kann das nicht gehen. Ah, da ist der jetzt nicht steil genug da gewesen. Ich hab's irgendwann. Irgendwann hab ich's. Die Fälle ist zu steil. Aber das wird auch nicht gehen. So kann das gehen. Und dass dann alles klappen würde. So kann das gehen. Wo ist der jetzt? Ach so, der ist nicht angeschlossen. Jetzt ist er angeschlossen. Gut. Ja, haben zu wenig Abwasser jetzt. Das bekommen wir auch hin. Ach so, das ist bestimmt, das geht bestimmt so schnell nicht weg. Warum baue ich nicht gleich mit denen hier? Gucken, wenn Strom da ist. Erstmal soll das reichen. Häufig zumindest mal. Entleeren. Warum stehen hier gerade so viele leer? Und warum ziehen hier so viele aus? Das verstehe ich gerade nicht. Aber nach Frage nach Häusern ist es gegeben. Nach Häusern und... Na. Den anderen halt. Kann das sein, dass hier unten gar keine Kanalisation dran ist? Na, was da ist. Wie kann das Stadion bauen? Das bauen wir nicht jetzt. Das bauen wir gleich. Aber egal. Das Stadion kann gebaut werden. So. Mal anschließen. Das ist ein bisschen kreuz und kreuz jetzt. Aber... Ist ja egal. Mist. Egal. So, jetzt... Ne, hier oben ist noch ein Stück nicht. Ach. So. Das... Spa... Allerdings Hotel da. Das... Warte mal. Macht das... Ne, das macht keine leeren Belästigung. Das können wir ja hier oben irgendwo hinsetzen, glaube ich. Jetzt sollten wir das vielleicht weiter außerhalb hinsetzen. Ne, ne, ne. Das kommt da oben rein. So. Hopp. Ja, ich weiß, dass die Stromverbindung unterbrochen ist. Jetzt ist sie doch schon wieder da. Nie die Hosen machen hier. Alles geregelt. Weil das der andere da so dicht ist. Dann machen wir hier mal... Die Shopping-Dings sind da. So. So. Das passt doch schon wieder. So. 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 Dann würde ich sagen, bauen wir hier nochmal ein... rein. Da fehlt Wasser. Genau. Das ist jetzt die richtige Leitung hier. so. 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 And hier kommt dann ja noch irgendwie so ein Ding hin. Hier ist ja komplett alles blöd, sag ich mal. Oh, noch eine kann ja nicht schaden. Wer will hier hinten denn was mit Milgen? Da hinten will keiner das Seil haben. Keiner will da hinten den Müll davor. Hier oben wurde er gebraucht. Müllberge. Wenn ich hier eine baue, dann ist wieder die Umweltverschmutzung zu riesig. Aber ich müsste hier eine bauen. Da bauen wir erst mal provisorisch hier eine hin. Guck da, es wird schon hier rumgeknäckert. Wir parken da schon wieder welche. Das ist doch nicht normal. Park for Road. Park for Road. Ich kann sonst wo parken, aber dann ist sie mitten auf der Straße. Ne, ne, ne. Wozu haben die alle Parkplätze? Guck mal an hier die ganze Parkplätze. Die werden ja alle wieder nicht genutzt. Jetzt werden die Wesen mal genutzt. Hier sieht die Straße gar nicht ganz so voll aus. Hopp. 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 So. Die ganzen Straßenbahnen sind hier unterwegs. Muss gleich mal gucken, wie voll die eigentlich sind. Die parken aber auch überall die Leute. Wenn man da keine Parkdinger setzt da. Wenn man da keine Parkdinger setzt. Wenn man da keine Parkdinger setzt. Na hier Verbote setzt. Parken auch an jeder Straße fahren. In so einer kleinen Haltestelle an der Bucht da. Da parken die auch schon mal Alpix. Mann, da sind aber viele Leute. Ich glaube wir müssen die Budgets mal erhöhen hier für Verkehrsmittel hier. Ist hier Wasser? Oder was? Oder ist das Schnee? Was? Warum? Ach nee du. Hallo, wie viele Straßen sind das denn hier? Mann, 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 Mann. Baum. Hallo, was ist das hier? Hier parken die wesentlich so die Leute, oh ich hab bloß nichts zu sagen hier. Da kommt die Straßenbahn schon, das Wimmel da. Gut. Das müssen gleich hier alle gewesen sein. Gleich dürfte es keine Straßen mehr, genau hier kommt schon an. Gut. Das war auch schon mal geschafft. Gucken wir uns mal hier an, was das hier hinten so macht. Ja, das wird so langsam. Ich glaub, diese Binnen brauchen wir da gar nicht hin. Die hier rüber brauchen wir, glaub ich, schon noch. Wie sieht's mit Müll aus? Ja, ganz gut. Aber mit diesem Krematorium da noch nicht. Da können wir noch ein paar bauen. Bauen wir mal da eins hin. Hier sind viele Tote. So, bauen wir da nochmal eins hin. Ja, das sag ich ja. Hier sind die Leute von Lärm so ein bisschen. Hier sind die Leute von Lärm. 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 Jetzt muss ich, ja hab ich. Gut. Jetzt dürften da auch nicht mehr so viele sein. Eine Sauna könnte man hier noch mal hinbauen. Bauen wir da mal hin. Ein bisschen die Leute hier. Aus dem roten Bereich mal so ein bisschen wegbekommen hier. Aus dem roten Bereich mal so ein bisschen wegbekommen hier. da ist schon wieder Hochwasser ich glaube das nicht das gibt es doch gar nicht da müsste schon einer sein glaube ich Krankenaktivität Arztaktivität ist eigentlich nicht überall ganz gut eigentlich ganz gut die fahren gleich los aber vergessen den gegenüber lohnt sich das 47 geht schon eigentlich ganz gut kommt hier wieder eine Menge an ja gut dann bedanke ich mich schon mal fürs zuschauen lasst gerne ein like da teilt das video und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren und dann würde ich mich freuen wenn ihr bei einer weiteren Runde mit dabei seid bis dann ciao ciao